Sie wissen, dass der Kampf gegen den IS noch nicht beendet ist. Wir haben große Fortschritte erzielt. Der IS ist in der Fläche zurückgedrängt, aber er ist noch nicht besiegt. Wir haben zurzeit eine unruhige innenpolitische Situation im Irak. Deswegen war es wichtig, dass wir heute im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz hier zusammengekommen sind, um darüber zu beraten, wie wir den Kampf gegen den IS fortsetzen wollen.